Hi Leute, ich bin's wieder euer Mick und hab wieder mal ein Infovideo für euch. Das Let's Play in Dio Super Mario Bros. Wii wird derzeit erstmal pausiert. Und ich merke gerade, die Musik ist da ein bisschen laut. Ja. Wow, das müsste reichen. Ja, man hört aus dem Game Paper Mario, die Legende von Eon und Thor, Holingen. Ja. So weit bin ich auch schon in diesem Spiel seit dem Unboxing. Naja, New Super Mario Bros. Wii ist ja wirklich derzeit pausier. Ja, wird derzeit pausiert und ich möchte dafür ein anderes Sets Play machen. Ja, das ist eben halt Paper Mario, die Legende von Eon und Thor. Werde ich jetzt playen. Und ja, es gibt ja auch viele Sachen, die man benennen kann und so. Zum Beispiel den Yoshi hier. Seht ihr den? Ja. Es gibt ja verschiedene Farben und so. Kann man ja eben die Farbe bestimmen, das dürft ihr irgendwann auch mal machen. Das mache ich aber zur Zeit, wenn das drankommt, dann mache ich noch mal ein Informationsvideo. Und der erste, der ein, so den, das Video einen Daumen hoch gibt. Auch auf Facebook wurde es erlaubt, ja. Ich heiße auch, ich bin halt Big Schröder auf Facebook. Und ja, das könnt ihr dann tun. Also ja, das nächste Let's Play oder das Let's Play werde ich erstmal das hier zocken. Anstatt das hier. Weil erstmal habe ich jetzt wirklich keine Lust auf den Game. Null. Und dann habe ich zwei Paper Mario sogar. Ja, als Let's Play, sozusagen. Ja. Na ja, der, das war mir, gibt's eigentlich von mir aus, als wir zwei Leute zusammen. Ich zog jetzt los. Ey. Ja, wird schwer. Das Kaufmarsch. Ich hab mir vor 3. Den Dressmann weh. Mario bekommt ein Outfit der Mario Rost. Badenlustwagen. Ja. Wollt ihr wissen wie bei dir ich film? Nee. Das, das sind wir an meinem Let's Play. So. Bis zu meinem Let's Play zu Paper Mario, die Legende von mir und ja. Das war's dann von mir. Ciao. Bäm. Bäm. Bäm.